Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung aus der Reihe Anno 1602. Wir spielen ja heute Anno 1602 und ich bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher, ob das wirklich der richtige Spielstand ist. Deswegen lade ich glaube den dann nochmal. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Genau. So, der Arzt müsste unterwegs sein. Äh. Genau. So. Gut, wir wollten eigentlich irgendwas im Auge behalten. Ja. Da drüben nervt mich gerade ein Fenster. Da muss ich mal kurz hin. Ähm. Da muss ich kurz schließen sagen. Jetzt sind wir wieder da. Alles gut. Äh. Ja. So. Wir waren ja, äh, hier. Ich muss ja auch gerade das Fenster nochmal für mich ein bisschen verschilden. So. Genau. So. Also wir waren ja jetzt hier. Wir machen eine positive Bilanz ohne Verkäufe von 480. Wir haben noch keine Baumaterialien. Und was wir jetzt halt wirklich wollen, ist, wir wollen jetzt erstmal gucken, ob wir auch alles haben, was wir so brauchen. Tabak wird hergestellt. Tabak kommt eigentlich auch. Stoff ist okay, Gewürze ist okay. Und wir wollten eigentlich drüber nachdenken, dass wir mal gucken, dass wir Kakao bekommen. Dazu würden wir eine kleine Werft bauen. Und später reißen wir die ab und bauen da eine große Werft hin. Aber eben erst später. Jetzt würde ich erstmal wirklich ein kleines Schiff bauen. Also ein kleines Kriegsschiff sogar. Damit wir eben da hinten wirklich sagen können, wir bauen dort, ähm, ein Ding hin. Also wirklich ein, ein großes Schiff, mit dem wir halt wirklich einfach, ähm, nein, Quatsch, ne, Kakaoplantage meinte ich. Also wir bauen da hinten halt eine Kakaoplantage hin. Das wollen wir ja machen. Ähm, wir wollen eine Kakaoplantage hinbauen, damit wir wirklich in Ruhe unseren Profit steigern können. So. Sprich, wir wollen hier eine Kakaoplantage haben. Wobei, ich glaube, da mit der Kakaoplantage anfangen wollen würde. So, und dafür, warum brauche ich dafür ein Schiff? Ich frage mich gerade selber ein bisschen. Ich glaube, ich kann es euch auch sagen und mir selber natürlich auch. Ähm, ich brauche deswegen das Schiff. So. Damit ich natürlich den Kakao auch abholen kann. So, hier haben wir jetzt erstmal so. Und dann würde ich mal schauen. So, die Kakaoplantage. Das wäre dann ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist falsch. So, das wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Das würde ja passen, ne? Also, so würde es passen. Also, nochmal. Das wäre der. Wir gehen ein nach unten und sagen 1, 2, 3. Also, wir bauen da eher, hier, hier bauen wir auf jeden Fall erstmal den Kakao hin. Wenn wir da wissen, das ist richtig. 1, 2, 3, 4. 4. Meine Fresse. 1, 2, 3, 4. Und hier hoch. Und hier noch 1, 2, 3, 4. Sag mal, was ist denn heute los? Also, irgendwie ist die Maus, die mit der ich gerade arbeite, ein bisschen zu schnell für mich. So, das heißt, die nächsten, das wären ja dann wieder, da, 1, 2, 3, 4, 5. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Das ging aber fix, ey. Okay, dann kannst du schon mal wieder hier runter. So, das würde da passen. Und dann noch 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, super. Und hier kann man sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Können wir das so machen, sogar. Pam, genau. 1, 2, 3. Und dann müsste das sogar so gehen. Ja, da würde ich gerne noch überlegen, ob ich den nicht vielleicht ein bisschen weiter nach oben tue. Das heißt, das lassen wir jetzt erstmal. So, das heißt, was wir jetzt hier auf jeden Fall können. Moment, den da muss ich noch hochziehen. 1, 2, 3. Genau. So. Ist, wir können jetzt mal gucken, wo wir noch jemanden hingesetzt kriegen. Also hier, das wäre easy peasy. Das wäre easy peasy. Und hier könnte ich eigentlich sogar bis hier hingehen. Und dann... Oder so. Und hier unten. Ja, das wird eng. Also hier hinten, das wird nix. Das einzige, was ich hier wirklich noch machen könnte, wäre zu sagen... So. Dann hätte ich ein Feld verloren. Aber ich hätte wenigstens noch einen. Und hier oben könnte ich sagen, den da... Das können wir auch mal ausprobieren. So, das wären dann noch vier Felder. Äh, nein. Den wollte ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das könnte fast klappen. So. Okay, dann würde ich mal... Hätte ich eigentlich so umdrehen wollen. Würde ich mal gerne so umdrehen wollen. So. Wir dürfen... Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Wege bereithalten müssen. Ähm... Wir müssen immer noch Wege offen haben für... So, hier. Eins, zwei, drei, vier. Das würde fast gehen. Es gibt eine kleine Überschneidung. Also ich halt, wie gesagt... Ich darf nicht vergessen, dass ich da einen Weg hin haben muss für... Mein Feld. So. Was ich hier machen könnte, wäre der da. Es wäre... Zu... Zu nah. So. So. So was könnte ich machen. Das würde ich eigentlich fast probieren wollen. So, wir gucken mal, was da rauskommt, wenn ich jetzt hier sage... Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So und so. Wunderbar. Gut. Dann würde ich... Äh... Dich gerne mal sagen. Und dann müsste ich mir hier halt wirklich mal überlegen... Wie ich an dem Spaß vorbeikomme. Ich kann natürlich hier noch einen Kai hinsetzen. Also das würde bedeuten, ich müsste mir Steine holen. So. Ich möchte nochmal hier oben experimentieren. So. So was könnte ich machen. Und dann könnte ich hier hoch... Und dann gäbe es eine Überschneidung mit den Gewürzen. Und das wäre nicht ganz so gut. Und da könnte ich hier sogar einen runterrutschen. Hm. Nee, das ist was, was ich so nicht wollen würde. Das würde ich so ungern haben wollen. Deswegen... Probieren wir es erst mal... Mit der Farm hier. So, die würden wir später uns angucken. Mit der fangen wir jetzt mal an. Und dann können wir da auch schon gleich einen Weg hinbauen. Eins. So. Und wir wollen es mit dem Kakao auch eigentlich gar nicht wirklich so übertreiben. Ähm. Deswegen bauen wir den eigentlich jetzt mal hier so, dass wir maximal hinkommen. Also. Das wäre ja... Von vorne kommen, ne? So. Das heißt, ich müsste hier mal gucken. Nehm nochmal den da. Das wäre ja schon okay. Das wäre schon okay. Genau. Das wäre schon okay. Ich müsste mehr Steine holen. Da können wir eigentlich dich mal mit beauftragen. Dass du uns mehr Steine abholst. Darauf warten wir jetzt mal, dass das Schiff da kommt. Dann können wir da nämlich die Steine holen. Und... Wenn wir die dann haben... Dann können wir die wieder runterkarren. Habe ich hier... Ja, Steine habe ich hier genug. Das ist ausreichend. Okay. Ähm. Mit diesen Steinen können wir dann eben die neue Plantage bauen. Und ich würde eigentlich halt auch viele Wege bauen wollen. Und vor allem viele Keils. Deswegen nehme ich eigentlich fast die 100 Tonnen mit, würde ich sagen. Also. Da wäre ich fast skrupellos. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm. Dass ich da fast skrupellos wäre. Das war jetzt natürlich ein bisschen doof. Dass ich das Schiff erst runtergeschickt habe. Wenn wir jetzt halt auch die Steine warten müssen. Aber was ich natürlich da unten schon mal bauen kann. So. Ist... Also. Wie wollte ich's? So wollte ich das haben. Genau. So. Das heißt, es sind zwei. Da sind zwei. Das heißt... Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Fluff. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Zack. Und so. Genau. So. Das hätte ich. Dann können wir den eigentlich auch abreißen. Den da. So. Und das würde ja hier bedeuten. Wir fangen das mal mit dem an. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So. Das wäre der Anfangsweg. Wir schauen mal, was es hier gibt. An... Äh. Habe ich Kakao schon? Wo ist mein Kakao jetzt? Kakao. Ich sehe ihn gerade. Ah, da. Zwei Tonnen haben wir schon mal. Okay. Da. 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 Steine würde ich sagen. 50 Tonnen. 100 Tonnen. Brauche ich noch Holz? 50 Tonnen. Werkzeug brauche ich gerade keins. Nein. So. Okay. Also wir gehen nochmal hier hin. Ich bin gerade irgendwie orientierungslos, muss ich sagen. So. Den da rüber. Und ein, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. So könnte man auch machen. Wenn man es denn unbedingt wollte, könnte man das so machen. Wie viel würde ich verschwenden? Ich würde zwei Felder verschwenden. Drei vielleicht sogar. Ja, ich glaube fast zwei. Also das würde gehen. Die einzige Frage, die sich darstellt ist, wie komme ich da hin und dann müsste ich da wirklich über den Kai gehen. Und da ist die Frage, würde, ja, würde. Okay. Gut. Also es würde gehen. Das könnten wir machen. Ups, Salle. Das könnten wir durchaus machen. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020